Heute zeige ich euch, wie wir einen Kuchen backen für meine Mutter. Genau, wie mein kleiner Bruder schon erwähnt hat, machen wir heute einen Kuchen für meine Mutter. Denn bald ist Muttertag und wir machen ein Tiramisu. Dafür benötigt ihr erstmal 500 Gramm Mascarpone, 1,8 Liter starken Kaffee oder je nach Geschmack. 100 Gramm Puderzucker, das ist auch geschmacklich unterschiedlich. Dann 2 Esslöffel Amaretto, 400 Gramm Löffelbiskuit und Kakao zum Bestäumen. Kakao zum Bestäumen? Für die Creme brauchen wir jetzt erstmal Mascarpone. Hier. Öffnen wir. Das sind jeweils 250 Gramm Packungen. Und insgesamt 500 Gramm. Normalerweise mischt man das mit dem Löffel, die Creme. Aber der Matthias möchte das jetzt heute mit dem Mixer probieren. Und jetzt darfst du es mit dem Mixer versuchen zu vermischen. Und jetzt, dem Flugzeug, tun wir Milch dazu. Es soll nicht flüssig werden, aber auch nicht fest. Also so mittendrin nicht flüssig, nicht fest. Ich zeige es euch dann. Also machen wir erstmal ein bisschen rein. Stopp! Am besten immer ganz ein bisschen rein machen, damit man sehen kann, ob es klappt. Okay? Jetzt geht es leicht. Also ich würde sagen, dass da noch ein bisschen Milch fehlt. Ja, reicht schon so. Ja. Noch ein bisschen. Kann ich da nicht mehr Milch trinken? Ne? So, jetzt mit dem Löffel probieren. Oh, wir sind gleich größer. Ich bin glaube, ich bin ein bisschen größer. Wie sie aussehen soll, soll ungefähr so aussehen. Es ist eher steif. Und jetzt machen wir zwei Löffel Amaretto rein. Halt den Löffel. Zwei Esslöffel. Das ist immer noch nicht süß. Ja, was ist das? Also, das ist Amaretto. Und da machen wir jetzt zwei Esslöffel rein. Zwei Esslöffel Esslöffel Es. Also, halt mal den Löffel gerade. Ich muss da was reinschnecken. Danke, dass es Bier ist, kann ich trinken. Okay. Es ist auch je nach Geschmack, wie es jemand mag. Vielleicht mag jemand mehr Amaretto. Vielleicht ein wenig Amaretto. Vielleicht auch Kacke. Das riecht so gut, das Amaretto. Und jetzt riecht es nach Sahne. Und was brauchen wir jetzt? Den Zucker. Das muss man auch, je nach Geschmack, süßen. Süßen? Genau, und die Creme ist halt jetzt. Fällt so munter wie ein Vogel. Und jetzt so süß, wenn man es haben möchte. Wir benutzen jetzt Puderzucker. Egal welchen, wir benutzen halt diesen. Äh, hier gibt es noch Puderzucker. Ja. In diesem Becher ist auch Puderzucker drin, deshalb... Was ist das für Puderzucker? Ach genau, das ist normaler Zucker, nur kleiner. Genau. Ich wünsche, dass der Puderzucker ganz leicht abschmeckt. Eigentlich weiß ich nicht noch, was mir die Kekse schmecken. Das macht man zu hoch und es macht mit Zucker die Kekse. Also braucht man zu viel Zucker, machen wir die noch Zucker an. Hallo. Also die Masse sieht jetzt so aus. Ui. Ui. Jetzt ist die Creme fertig. Jetzt... Brauchen wir was? Jetzt holen wir uns eine quadratische Schüssel. Wow, voller Blumen. Ja. Und holen uns die französischen Löffelbiscuits. Ja, das habe ich schon bezahlt. Zwei solche Papiere. Mhm. Jetzt... Öffnen wir weiter. Jetzt. Und jetzt brauchen wir noch ein Achtel Liter starken Kaffee. Hier. Ein Achtel Liter. Kaffee. Starken Kaffee. Starken Kaffee. Starken Kaffee. Schwarzen Kaffee. So. Was ist jetzt zu tun? Wir öffnen... Ich will... ...Biskuits. Jetzt... Nehmen wir die Kekse raus und legen wir hier so in die Kekse rum. Gibt's bei den Biskuits zwei Seiten. Einmal die Zuckerseite und einmal die ohne Zucker. Bei der Zuckerseite nimmt man jetzt eine Teelöffel und tut mit dem Kaffee ein Teelöffel über... Einmal... Einmal durch. Einmal über den ganzen Stick hier. Dann legt man das in die Schüssel rein. Also die ganze Zeit so in Quadrat rum. So. Stimmt's? Mhm. Dann nimmst du jetzt das Biskuit. Und gießt es mit einem Teelöffel drüber. Aber es ist noch nicht bis nach unten. Es ist noch nicht bis nach unten. Also den unteren Teil nochmal. Und dann hier. Und jetzt immer so weiter. Hier der Biskuit. Ja, bisschen. Zuckerschicht. Ein Teelöffel. Ganz drüber gießen. Wir machen es zweimal, weil es auch nicht bis nach unten gerutscht ist. Genau, weil es nicht bis nach unten gerutscht ist. Ja, der rutscht. Und den unteren Teil halt auch nochmal begießen. Und legt es wieder in die Form hinein. Und so macht ihr alles weiter. Wenn ihr kleinere Stücke habt, dann nehmt ihr natürlich weniger Kaffee. Wir haben die erste Schicht fertig. Und jetzt machen wir ungefähr so eine Schicht Creme drauf. So eine kleine Schicht. Das ist gut. Also, Matthias, löffel mir ein bisschen Creme drauf. Das ist ein bisschen schwer, weil die an dauernd verrutschen. Oh. Und man muss es halt gut aufteilen für zwei Schichten, die Creme. Also, wir haben noch ungefähr so viel Creme gelassen. Sieht jetzt erstmal so aus. Und jetzt machen wir noch eine Schicht. Das gleiche Spiel. Und wieder einen Teelöffel. Und gießt es einmal so drauf. Wieder einen Teelöffel verwenden. Jetzt haben wir die zweite Schicht auch schon fertig gemacht. So sieht es ungefähr aus. Ich weiß, das ist kein Meisterwerk. Aber ist schon okay. Jetzt machen wir die restlichen Creme drauf. So bin ich wieder da. Jetzt haben wir auch schon die zweite Schicht fertig. Und jetzt? Sieht jetzt bei uns so aus. Jetzt kann ich den Löffel ablenken. Hä? So. Mom, nee. Hey. So. Kakao. Ah, Kakao, was nicht süß ist. Ja, bitter. Das habe ich schon mal einfach so probiert. Ich spiele gar nicht. Dann benötigt ihr einen Sieb. Und den Löffel. Einen goldenen Kissen in den Löffel. Jetzt nehmt ihr Kakao da raus. Und macht hier oben rein. Stimmt's? Macht es in das Sieb. Und macht es in das Sieb. Und dann kommt es hier durch. Und dann? Mischt es oben. Tut ihr das mit dem Löffel. Mischen. Genau, so kreisende Bewegungen machen, damit wir was auf den Kuchen bekommen. So machen wir es. Nein, drückt nichts. Wieso, wir drehen es. So, dann kommt es durch. Jetzt haben wir den Kakao bestellt. Jetzt zeigen wir mal. In die Kamera. Das ist das Endergebnis. So sieht das jetzt aus. Und es muss jetzt für einen Tag, für eine Nacht, in den Kühlschrank, damit das auch alles den Kaffee aufnimmt, damit die Biskuitstäbchen auch wirklich weich werden. Gleich zeigen wir euch, wie der Kuchen nach einer Nacht aussieht und wie er schmeckt. Der Kuchen in einer Nacht aussieht. Jetzt schneiden wir ihn auf. Jetzt hat man ihn ins Teller aufgestellt. So sieht der jetzt im Teller aus. Und jetzt probiere ich ihn mal. Das ist ja ein tolles Teller für meine Mutter. Für den Muttertag. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Viele Daumen nach oben. Viele Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.